Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3, sagen wir schon, bei der kleinen Show meiner Videopack-Sammlung. Und wir waren stehen geblieben bei Nummer 33. Das ist das Äquivalent zum Atari 2600 Circus Game. Das Spiel hat eine Menge Variationen, steht auch genau dran, 18, schön. Es ist wirklich interessant und man sollte es spielen. Es ist wirklich das wert. Nummer 34. Mit der tollen deutschen Übersetzung Satellitenangriff. Hat so ein bisschen was wie ein Asteroids-Klon. Ihr habt dieses kleine Schiff, das ihr da seht und müsst dementsprechend Satelliten zerschießen, die dann dementsprechend auch auseinanderbrechen. Ihr habt so ein Schild. Es ist ein bisschen anders als Asteroids. Es ist ein bisschen anders konzipiert. Es ist okay. Es ist nicht unbedingt mein Lieblings-Shooter auf diesem System, aber es ist absolut spielbar und für Sammler ist das eh interessant. Nummer 35. Billiard. Ja, klassische Pool-Billiard-Simulation. Jetzt sage ich schon Simulation. Ja, es ist ein Pool-Billiard-Spiel auf dem Philips-Videopark, sagen wir mal so. Erwartet da jetzt nicht Großartiges. Die Physik und sowas, das ist jetzt nicht unbedingt State-of-the-Art. Das erwartet ihr, glaube ich, aber auch nicht. Es ist ein nettes Billiard-Game, das man spielen kann. Es macht Spaß. Es ist okay. Es ist aber nichts Sensationelles. Nummer 36. Davon haben wir nur wieder ein Modul. Eishockey und Fußball. Ja, bevor ihr euch jetzt hier einen Wolf freut, die Spiele sind okay. Ich betone, sie sind aber wirklich auch nur okay. Die kann man spielen, die finde ich aber nicht so sensationell, dass ich jetzt sagen würde, dieses Modul kann ich konsequent empfehlen. Muss man sich einfach mal ansehen. Ist okay. Kriegt ihr auch, denke ich mal, relativ für kleines Geld, diese Version. Ist okay. Ihr kriegt Eishockey und Fußball. So gesehen sind es zwei Sachen auf einmal. Es ist aber nicht so granatenmäßig. Es gibt sicherlich auf anderen Systemen bessere Eishockey und Fußball-Simulationen als hier. Aber wer es braucht, kann hier zugreifen. Monkeyshine oder bei uns toll übersetzt mit Affenjagd. Ja, Affenjagd hat nichts mit unserem Liebling Donkey Kong und Co. zu tun. Nein, 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 nein. Sondern in diesem Spiel, das wird Peter und die WWF und wen noch alles interessieren, geht es darum, Affen zu misshandeln. Ja, ich lasse das kurz eben einmal sacken. Ihr könnt Affen treten, werfen, ich glaube, schlagen geht auch. Und je besser ihr das macht und je besser ihr das gegen die Gitter macht, desto mehr Punkte gibt es. Also ihr haut einen Affen, der wird sauer, der findet das doof und will euch ans Leder. Dann geht er weg und macht das dann wieder. Und wenn ihr das mit Kombinationen macht, mit mehreren Affen gleichzeitig, gibt es Mörderpunkte. Also ich habe mal Scores erreicht, die waren von Gut und Böse. Ich habe das jetzt nochmal ausprobiert, die erreiche ich nicht im Nehmen mehr. Aber es ist wirklich absolut, das sind so diese unique Konzepte, die es da wirklich nur gibt. Also das Game ist vollkommen krank. Ich glaube auch nicht, dass so ein Game irgendwo anders aufgetaucht ist. Daher auf jeden Fall für Sammler interessant und das Ding ist auch wirklich spielbar. Es ist ein bisschen gestört, das definitiv, aber es ist auf jeden Fall spielbar. Munchkin! Oder besser bekannt als Supermampfer. Ja, der bekannteste Pac-Man-Klon und der Pac-Man-Klon, der viel, viel Ärger gebracht hat. Ich glaube aber nur, wenn ich das richtig richte, nur in den USA musste der irgendwie rausgenommen werden, weil ich hatte den auch damals als Kind ganz legal. Es ist ein unglaublich guter Pac-Man-Klon, vielleicht sogar der beste Pac-Man-Klon, den es gibt. Deswegen spielt dieses Ding und wer diese Systeme hat, muss hier sowieso zugreifen. Da geht kein Weg dran vorbei, denn das ist wirklich ein guter, ein sehr guter Titel. Freedom Fighters oder bei uns wieder genial übersetzt mit Freiheitskämpfer! Ja, was sich wieder anhört wie ein schlechter Tom-Clancy-Titel. Dieses Game ist komisch. Es gibt zwei Seiten. Ihr könnt das Spiel also mit zwei Controllern spielen, das heißt aber nicht, dass es zwei Player sind. Mit dem einen Controller spielt ihr einen ganz normalen Space-Shooter, wo ihr auch dementsprechend auf die Gegenstände schießen sollt. Und mit dem anderen seid ihr so eine Art High-Speed-Space-Fighter, der eigentlich als Ziel hat, alles auszuweichen und dafür Punkte bekommt. Also ihr könnt jetzt wählen, wie ihr dieses Game spielen wollt. Dadurch ist es sicherlich interessant und auch ein ganz anderes Konzept. Aber es ist jetzt nicht wirklich ein toller Shooter. Da gibt es Besseres. Ja, aber interessant ist das Konzept auf jeden Fall. 40! Vier gewinnt in einer tollen Version. Problem ist nur, dieses läuft nicht auf einem G7400. Das ist schon wieder ärgerlich. Da ist auch wieder wahrscheinlich irgendwas mit der Zufallszahl, was der nicht will. Es ist aber trotzdem ein starker Titel. Hat allerdings die Schwäche, wenn ihr den Level der KI zu hoch setzt. Da habt ihr wieder das gleiche wie beim Schach. Es kann dauern. Und es kann verflucht nochmal dauern. Also leider habe ich das Schachmodul nicht mehr. Das hatte ich als Kind. Und da kann ich sagen, da gab es Züge. Ich glaube, der hätte drei Tage gerechnet. Also so schlimm ist es hier nicht. Aber es ist schon auf höheren Levels. Kann es auch mal sein, dass ihr mal 10 Minuten wartet. Und das ist bei vier gewinnt jetzt mal. Es ist kein Schach. Es ist vier gewinnt. Also man kann ein bisschen was anderes erwarten. Ist aber ein toller Titel. So, die Nummer 41. Eroberung der Welt. Ich gucke mal, dass das nicht ganz so spiegelt. Ich zeige euch das mal. Das ist einer der großen Boxtitel. Da kommen wir aber im nächsten Video noch zu. Die 42 ist dann die Eroberung der Welt. Auch ein Boxgame. Und Wall Street Fortune Hunt kommen wir gleich noch zu. So. Nummer 43. Der Pickelpeter. Ein toller Titel. Ein guter Titel. Und glaube ich, der Titel, den man am schnellsten sammeln kann. Ich glaube, ich habe so viele Versionen davon gesehen. Das ist nicht gut. Pickelpeter ist ein Game. Ihr seid so ein kleiner Bergarbeiter oder so ein Goldschürfer und müsst Goldnuggets finden. Die entstehen dadurch, dass diese, ich glaube, Steine nach unten gehen und explodieren und dann auf einmal zu Gold werden. Oder sie geben Schlüssel frei, mit denen man ins nächste Level kann. Interessantes Konzept. Nicht unbedingt unweigerlich super Titel. Aber auf jeden Fall ein Titel, der Spaß macht. Und der auch wirklich interessant ist. Also den kann man ohne Frage empfehlen. 44. Ja. Der zweite Teil von, ja, soll ich sagen, von Supermumpfa. Ja, er ist auch Supermumpfas Rache. Munchkins zweiter Teil ist ein bisschen anders. Die mussten eine Menge Sprites austauschen. Das ist hier das große Problem. Und das Konzept musste ein bisschen normal werden. Diesmal müsste also die Schlange so, müsste so eine Schlange angreifen, müsste irgendwelchen Gegenständen ausweichen. Es ist nicht mehr gerade das Konzept, was es bei Supermumpfa war. Deswegen bin ich da eher ein Fan des ersten Teils. Das ist immer noch spielbar, ist immer noch ein guter Titel. Aber es ist jetzt nicht mehr so sensationell. Morsen. Ja, die 45 ist ein Morse-Simulator. Ja, ihr sitzt jetzt da gerade und sagt, wie? Ja, es ist Morsen. Ihr macht da nichts anderes als Morsen. Das heißt, ihr kriegt Übungen zum Morse-Lernen. Ja, das ist der Titel. Der ist auch nicht mehr. Ich kann ja auch nichts dazu machen. Entschuldigung. Für Sammler interessant, für alle anderen definitiv vorkommen uninteressant. So, die 46. The Great Wall Street Fortune Hunt. Wie schon gesagt, zu den Boxen kommen wir noch. 47. The Mousing Cat. Ich glaube, bei uns hieß der auch Mousing Cat oder hieß der Katz und Maus? Ich kenne nur den Titel. Wenn da einer weiß, wie der deutsche Titel hieß, gerne zu mir. Ja, ihr spielt entweder eine Katze oder eine Maus. Als Maus müsst ihr Käse essen, kriegt dafür Punkte. Als Katze müsst ihr diese Maus dann fangen. Und es wechselt in den Runden ab. Die Spielkonzepte ändern sich. Ist ein wirklich starker Titel und macht echt Spaß. Und die 112 Variationen, die hier unten stehen, sind gar nicht mal gelogen. Weil ihr könnt alles Mögliche einstellen. Wie die Gitter passieren, wie viel man überhaupt setzen kann, wie die Geschwindigkeit ist. Unglaublich viele Möglichkeiten. Absoluter Pflichttitel, vor allem im Two-Player. Absolut genial. So, die 48 wäre Begemm. Ihr könnt euch überrascht sein, die habe ich nicht. Wer mir Begemm schicken will, gerne. Ist mir einfach zu teuer. Ist einer der rastend Titel für das System und deswegen eh. Machen wir es schnell fertig. Wir kamen im Englischen auch nur bis zu 50, deswegen mache ich das eben kurz mal fertig. Turtles ist ein tolles Spiel. Ihr spielt eine Schildkröte und müsst kleinere Schildkröten aus einem Hotel retten. Wirklich gutes Spiel, gutes Konzept. Hat viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Hat aber auch mit unseren grünen Pizzaträgern nichts zu tun. Falls einer das fragt. Ne, dann ist es nicht. Aber trotzdem toller Titel. Die 50, ich sag mal Snake für dieses System. Ihr spielt eine Biene, die viele Früchte essen muss und dadurch eigene Fallen sich selber stellt, denen wieder ausweicht. Also jedes Mal, wenn ihr was isst, ob ihr es horizontal oder vertikal macht, je nachdem wird so ein Gitter gebaut. Und am Ende des Levels müsst ihr so eine goldene Frucht von einer Spinne wegmachen. Ist ein toller Titel. Der hat mir viel Spaß gemacht. Die Kritiker lieben ihn nicht. Das ist mir auch vollkommen egal. Ich finde ihn toll. Kann ich nur empfehlen. Wunderbar. Das war Nummer 50. Ich habe jetzt ein bisschen auf die Tube gedrückt, da wir schon bei den 10 Minuten sind. Ich mache noch einmal einen kurzen Schwenk über die Boxen. Und das, was euch dann noch erwartet. Hallo, nochmal kurz zwei, drei Sekunden. Denn da ließ mich gerade die Batterie im Stich, die einfach mal spontan von drei Striche auf Null ging. Manchmal mag man ja seine Technik. So, ich mache jetzt einfach mal den Schwenk für nächste Woche. Ihr seht die Boxen und ihr seht die Plus-Varianten und die Parker und die Magic Games. So, damit möchte ich es auch bewenden. Ich sage mal, danke fürs Zuschauen. Wer abonnieren, kommentieren, bewerten will, kann das tun. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit Teil 4. Tschö, tschö.